Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Maker, den Zuschauerleveln. Und ihr seht es wieder an dem Häkchen, ich habe es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, das ist eine Neuaufnahme, weil ich hatte ein paar Treiberprobleme, bla bla bla. Und ich habe auch gesagt in der letzten Folge, dass diese Folge etwas kürzer wird, ihr werdet mich gleich verstehen. Aber fangen wir diesmal, diesmal denke ich dran, hihi, erstmal an mit einer Einsendung vom Jan oder Jan Zeitvogel. Was ist denn dahinter im Super Mario World Stil? Vier Sterne hat es, davon ist einer von mir. 33 Leute haben es versucht, zwei von 267 Versuchen sind erfolgreich, macht 0,74% Abschlussrate. Und ihr versteht gleich, warum. Und auch warum diese Folge kürzer wird. So, wir haben hier einen P-Switch, hier ist eine P-Switch-Tür und jetzt kommt das Beste da dran. Wir sterben, wenn wir da durchgehen. So, ich habe auch schon probiert, hier abzuwarten, bis kurz vor Schluss, dass der P-Switch dann fast verschwindet, was fast unmöglich ist, da das richtige Timing zu treffen. So, ich probiere es halt jetzt einfach nochmal. Ja, weil da ist ein Stachy oder sonst was, obwohl im Vorschaubild hat man, glaube ich, gesehen, dass da ein Stachy ist. Und ich habe immer noch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich da dran vorbeikommen soll. So, wir versuchen es halt jetzt nochmal abzuwarten, bis ans Ende. So, kurz vor Ablauf, wie gesagt, was sehr schwer ist zu treffen. Und dann war ich wieder zu spät. Seid froh, dass ich die Originalfolge nicht mehr habe, denn da habe ich hier wirklich acht Minuten gesessen und war eigentlich immer nur in einem Screen. Deswegen, ich versuche es jetzt noch ein paar Mal. Nein, das war wieder zu früh. Sag ich doch. Ich habe keine Ahnung. Ich sage es auch hier nochmal, Jam, wie das funktioniert. Schreib es doch bitte in die Kommentare. Na komm. Nein. So leid es mir tut, heute ganz kurz, aber heute ist auch Mittwoch und es kommt jetzt jeden Mittwoch so eine Folge. Einen Stern hast du schon gekriegt. Also, wie gesagt, wir machen jetzt drei Folgen die Woche. Erstmal. Bis dein Baby da ist. Da geht dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber habt ihr auch so tolle Level, dann schreibt es in die Kommentare per Facebook, per Twitter oder benutzt einfach das Formular. Da unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl. Und tschüss.